Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pads Simulator X. Und das erste, was ich mache, während ich hier im Pads Simulator X drin bin, ich fahr nach da hinten und bring erstmal meine Pads an die Kiste ran, damit ich weiter farmen kann. Ich hab gerade eben gelivestreamt, das Video ist also schon ein bisschen älter, von meinem letzten Livestream am Donnerstag. So, ich setz meine Pads jetzt an die Kiste ran und im Livestream hab ich nämlich ein paar Eggs geöffnet. Ein paar, viele Eggs, deswegen hab ich nicht mehr Full-Tech-Coins und musste jetzt wieder voll kriegen nebenbei. So, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dieses Wochenende, also heute, wenn ihr das Video seht, kommt kein Pads Simulator X-Update raus. Preston hat angekündigt, schon vor Tagen, dass er an diesem Wochenende erstmal an den Updates für My Restaurant und für Big Paintball arbeiten wird. Das bedeutet, dass ich heute auch im Livestream, ich streame ja jeden Samstag, auch keinen Pads Simulator spielen werde, sondern auch My Restaurant oder Big Paintball. Wahrscheinlich Big Paintball. Big Paintball hab ich eher Bock drauf, My Restaurant schau ich mir an. Wenn genug Leute das auch wollen, dann kann ich das im Livestream meinetwegen auch mal aufnehmen, aber momentan ist mir nicht so nach einem weiteren, ähm, ja, es ist eher so ein Tycoon, so ein Simulator. Da muss man sehen, was das für ein Spiel ist. Es ist sowas zwischen Simulator und Tycoon. Ich hab für ein Livestream eher Lust auf solche Sachen wie einen Shooter, wie Big Paintball. Kann ich da gerne mal spielen. Vielleicht schalte ich da auch endlich mal die Sniper frei, wär ziemlich cool. Aber das hier wäre ja kein Pads Simulator X-Video, wenn ich nicht erstmal an meine Dark-Matter-Maschine gucken würde und hier steht nicht, dass was verfügbar ist. Okay, es ist nichts verfügbar. Aber jetzt muss ich etwas machen, was mir ein bisschen weh tut. Ich geh nämlich in die normale Region rein, hol erstmal meine Rewards ab, die ich im letzten Stream nicht redeemed habe, so, und bring die auf die Bank. Ich hab nämlich im letzten Stream ein paar Sachen auch aus der Bank rausgeholt. Ihr seht auch, ich hab grad keine Invites. Ab und zu krieg ich mal Invites von euch. Ihr solltet wirklich keine fremden Leute zu eurer Bank einladen, weil theoretisch könnte ich da einfach reingehen und euch alles wegnehmen, wenn ich möchte. Bis jetzt hab ich da immer ein Pad reingelegt. Und vielleicht mach ich mal ein Video dazu, dass ich einfach mal in fremde Banken Pads reinlege. Wenn ihr das sehen wollt, schickt mir Invites, wenn ich hier genug Invites drin habe. Dann kann ich die annehmen und mal ein Video dazu machen, indem ich einfach mal Pads über die Bank verschenke. Wär auch mal ganz cool. Invites könnt ihr übrigens schicken, indem ihr auf eure Bank rauf geht, dann unten auf die Settings hier. Dann scrollt ihr ein bisschen runter und gebt hier den Username ein. In meinem Fall wäre das Roblox Conny. Wenn ihr dann Roblox Conny eingebt, dann könnt ihr mich zu eurer Bank einladen und in einer Woche, vielleicht in zwei Wochen mal schauen, wenn ich das Video aufnehme. Wenn halt genug Invites zusammenkommen, dann werde ich euch Pads über die Bank schenken. Aber trotzdem solltet ihr keine fremden Leute zur Bank hinzufügen. Ich zum Beispiel habe nur Roblox Victor und Roblox Felix hier zur Bank hinzugefügt. Wir teilen uns die, wollen die Bank gemeinsam hochbringen und auch zusammen mal Interest collecten. Ich kann das immer erst 22 Uhr machen, oder? Ja, in sechs Stunden. Ich nehme jetzt 16 Uhr auf, also 22 Uhr kann ich Interest collecten, weil ich es einmal vergessen habe und dann zu spät gemacht habe. Naja, und auf der Bank, hier legen wir die Pads ab, die wir alle verlosen wollen oder in Livestreams verschenken wollen. In diesem Livestream habe ich ein paar Pads verschenkt und die will ich jetzt zurückpacken, die übrig waren. Also sage ich jetzt wieder Deposit, scroll ein bisschen runter. Wir haben nämlich hier ein paar schlechte Dark-Matter-Pads, weil wer hat solche Pads bitteschön in Dark-Matter rumliegen? Ich könnte diesen Panda noch Dark-Matter haben. Überlege ich mir noch, ob ich den Dark-Matter mache. Ich weiß aber, dass ich Dog, Bunny und Cat noch nicht in Dark-Matter habe für meine Pet-Collection. Das ist nämlich die Sache. Diese Pads lohnen sich zu verschenken an Leute, die die Pet-Collection noch nicht so weit gemacht haben, weil niemand hat die Low-Bob-Pads in Dark-Matter. Die macht man nur Dark-Matter, um die Pet-Collection voll zu machen und deswegen verschenke ich die auch im Livestream. So, was ich auch reinlegen kann, sind die zwei goldenen Galaxy-Foxes, die ich heute gezogen habe im Livestream. Ne, der hier wurde mir geschenkt und den hier habe ich gezogen. So, die Libu, die Aliens kann ich zurückpacken, weil die kann man ja auch immer noch verschenken. Und die anderen Pads, ah, könnte ich Rainbow machen? Ja, ich würde sagen, die anderen Pads, die mache ich jetzt alle mal Rainbow, packe die in die Dark-Matter-Maschine und werde die dann auch bald verschenken im Livestream. So, erstmal depositen wir das alles. Packe ich auch meine 244.741 Gems rauf, weil ich habe im Livestream nachgeguckt, der Fehler wurde immer noch nicht gefixt. Das heißt, wenn man genauso viele Gems rein-depositen möchte, wie man hat, dann gibt er einen einen Fehler aus, weil man angeblich nicht so viele Gems hat. Da hat Preston einen Rechenfehler gemacht, sich um eins verrechnet und ist immer noch nicht gefixt. Kann nicht wahr sein, naja. So, haben wir denn schon Panda in Dark-Matter? Scheinbar nicht, dann werde ich noch einen Dark-Matter-Panda doch machen und den dann hinzufügen. Ach ja, und als ich vorhin angesprochen habe, dass wir diese Pads, die hier oben sind, verlosen werden, die werde ich nicht einfach so im Livestream so verschenken, die werde ich eher verlosen, solche Mythicals. Solche Verlosungen, die lasse ich immer auf dem Discord-Server stattfinden. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord-Server seid, unten in der Videobeschreibung ist mein Discord-Server verlinkt. Dort finden regelmäßig Verlosungen statt. Immer wenn ich Livestreame, mache ich dann mal so eine Discord-Server-Verlosung, wo ihr dann einfach alle teilnehmen könnt. Ich habe ja auch schon ein paar Mal hier auf dem Server irgendwelche Gewinnspiele gestartet und das auch alles über den Discord-Server. Also, wenn ihr noch nicht auf dem Server seid, dann tretet gerne bei. Und ihr müsst eigentlich nichts machen, außer die Regeln akzeptieren. Und wenn eine Verlosung startet, könnt ihr einfach daran teilnehmen. Außerdem gibt es auf dem Server auch noch eine Pet Simulator X-Lobby. In der Pet Simulator X-Lobby könnt ihr miteinander traden, wenn ihr wollt. Es gab die Anfrage, dass wir so einen Channel erstellen. Deswegen haben wir auch den Channel erstellt. Ich gehe jetzt wieder zu der Giant-Alien-Chest. Pack da mal meine Pads wieder ran. Nein, das bringt mir gar nichts. Oh Gott, eins nach dem anderen. Erstmal gehe ich zum Tag-Entry. So, packe hier dann meine Pads einmal ran. Oh Gott, jetzt habe ich mich unnötig TP'd. Jetzt muss ich warten, bis die Kiste wieder da ist. Naja, so ist das nun mal. So, ich packe die Pads jetzt ran und mache jetzt erstmal die Pads, die ich in Gold habe, Rainbow. Also, wie gesagt, kommt gerne auf den Discord-Server, wenn ihr noch nicht drauf seid. Vielleicht findet ihr da auch ein paar Leute, mit denen ihr traden könnt. Vielleicht findet ihr ein paar Freunde. Das wäre schön, wenn sich da ein paar mehr Leute mal treffen würden. Wenn der Server ein bisschen aktiver genutzt wird und nicht immer nur von denselben zehn Leuten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da eine größere Community aufbauen können. You need 350 more Diamonds. Oh, ähm, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ähm, ähm. Kostet ja ein bisschen was, ne? Puh, dann muss ich wohl doch ein paar Diamonds abholen, weil sonst dauert das jetzt zu lange, bis ich die Diamonds dafür gefarmt habe. Na gut, dann hole ich noch ein paar Diamonds ab. So, gehen wir in meine Bank rein und dann auf Withdraw. Und dann sagen wir, 20.000 Diamonds sollten reichen. So, jetzt haben wir 20.000 Diamonds. Manche Leute fragen immer noch, wofür ist die Bank da? Wie gesagt, ihr könnt auf der Bank euer Zeug lagern. Das ist vor allem nützlich, weil man hat nur eine bestimmte Anzahl an Pads. Und mehr Pads kann man einfach nicht nutzen, wie möglich sind übers Inventar. Über die Bank kann man sein Inventar nochmal ein Stückchen erweitern. Dafür lohnt sich das. Ihr könnt dann eure Diamonds rauflegen und kriegt täglich Zinsen auf die Diamonds. Also ihr kriegt mehr Diamonds dazu. Ihr müsst die Zinsen nur einsammeln. Und ihr könnt das Ganze auch noch mit Freunden teilen. Aber teilt das bitte nicht mit Fremden. Als ich vorhin gemeint habe, dass ihr mir N-Vites für eurer Bank schicken sollt, das ist schon ein hohes Risiko, wenn ihr das macht. Weil, theoretisch könnte ich euch auch alles klauen. Ich habe natürlich kein Interesse daran, euch irgendwas zu klauen. Aber ihr solltet wirklich keine fremden Leute zu eurer Bank hinzufügen, weil die können euch scammen. Das ist ein hohes Risiko, dass ihr da eingeht. Ich hoffe, die Gems haben gereicht. Warte. Soll ich das Risiko eingehen? Zwei Red Fluffys? Komm. Und. Ja, Mann! Es hat sich gelohnt. So, Meebo in eine Spaceship. Das Risiko. Doch, das Risiko gehe ich schon ein, weil ich werde nie wieder ein Meebo in eine Spaceship in Gold ziehen. Komm. 13%-ige Chance. Oh, das Giant Present ist gespawnt. Ah, Meebo ist weg. Na gut. Dann können wir auch noch den Arachniten hier nehmen. Bei denen hat es auch nicht geklappt. Na gut. Dann mache ich jetzt noch ein paar Jelly Aliens Rainbow. Die Rainbows, die packe ich dann noch in die Dark-Meta-Maschine rein. Und dann habe ich beim nächsten Livestream wieder ein paar zu verschenken. Und wie gesagt, der nächste Livestream ist nicht heute am Samstag. Also, doch, heute am Samstag ist schon nächster Livestream. Aber ich werde wahrscheinlich kein Pet-Simulator heute spielen, weil es gibt kein Pet-Simulator-Update. Kein neuer Content bedeutet für mich, ich brauche das nicht im Livestream spielen. Und ich farm momentan sowieso keine Pads. Ich habe nicht viel zum Verschenken. Ich farme jetzt wieder ein bisschen Pads, damit ich sie dann im übernächsten Livestream an euch verschenken kann. Also, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich kann mal den Abonnieren-Knopf einblenden hier. So, abonnieren und die Glocke aktivieren, habe ich gehört. Keine Ahnung, bringt das überhaupt was, die Glocke zu aktivieren? Weil ich kenne zwei Arten von Leuten. Einerseits die Leute, die abonnieren oder in die Abo-Box schauen, das bin ich. Ich aktiviere bei niemandem die Glocke. Es gibt Leute, die einfach bei jedem die Glocke aktivieren. Aber es bringt ja auch nichts, weil dann wird man so überflutet mit Nachrichten in seinen Notifications, dass man sich die eh nicht anguckt. Also, keine Ahnung, ich baue jetzt schon wieder mehr Diamonds. Oh, gar keinen Bock. Aber ich habe auch so viele Pads. Doch, ich werde die hier auch noch alle Rainbow machen. Komm, ich hole mir noch die Diamonds dafür ab. Ich habe die Diamonds immerhin auch reingepackt, ne? So, nochmal Withdrawal. Und dann sagen wir, keine Ahnung, 50.000 Diamonds. So, jetzt muss das aber auch reichen hier. Ich wusste gar nicht, dass das so teuer ist, die Pads besser zu machen. Das ist eine Frechheit. Ich meine, ich bin ja gerade auch schon dabei, Diamonds zu farmen. Da hinten an der Kiste plus ich habe Glittering. Und Glittering bringt inzwischen auch ein bisschen mehr, habe ich gemerkt. Gut, früher hat man immer so 20 pro Glittering bekommen. Jetzt kriege ich so 150 bis 200 pro Glitter. Und das ist dann schon ein bisschen besser. Gut, wir machen jetzt erstmal die restlichen Pads hier noch Rainbow. Damit ich sie in die Dark Matter Maschine packen kann. Oh, meine Pads sind da. Heißt das, ich habe die Kiste abgebaut. Dann muss ich einmal nochmal zur Tech-Chest gehen. Augenblick. Ich kam einfach aus dem Nichts. Das bedeutet aber, dass da ein paar Loot-Bags liegen werden. Bitte ein großer Loot-Bag. Bitte, bitte, bitte ein großer Loot-Bag. Okay, wir haben mittelgroße Loot-Bags. Oh, ich habe einen super Lucky Boots durch so ein Loot-Bag bekommen. Ist auch mal schön. Aber, na, leider kein großer Loot-Bag. Wenn hier ein großer Loot-Bag ist, dann liegt er mal wieder unter der Kiste. Aber Preston muss es wirklich fixen, dass Sachen unter der Kiste liegen können. Weil das war, das ist wirklich nicht der Sinn der Sache. Naja. Dann machen wir noch die restlichen Pads jetzt Rainbow. Und wir haben es fast geschafft. Nicht mehr viele Pads übrig. Machen wir die hier noch. Und die letzte Ladung. Ich merke gerade, zeigen wir mal die vorletzte. Wir machen die hier jetzt noch Rainbow. Dann probieren wir es hier einfach mit einer niedrigeren Chance. Schade. Aber ich könnte die Imperial Dragons, davon wurden mir auch welche geschenkt heute im Livestream. Genau, die kann ich auch Rainbow machen. Das kann ich ja auch mal machen. Enchanted Cat bringt mir nichts. Die habe ich ja alle einzeln. Komm, ich gehe das Risiko ein. Bei jedem 13%ige Chance. Wenn ich es hitte, dann wird es Dark Matter gemacht. Dann haben wir ein Dark Matter Pad mehr zum Verschenken im Livestream. Hat funktioniert. Dann hier nochmal die 13%ige Chance hitten. Ah, schade. Dann halt jetzt die 13%ige Chance hitten. Und. Ja, Mann. Als ob ich so lucky bin. Einfach zweimal die 13%ige Chance jetzt gehittet. Wow. So, ich muss kurz meine Pets wieder einsammeln. Ey, Jungs. Jungs, wir gehen jetzt rüber in die Tech World. Komm mit, Leute. In die Kanone. So, und dann schnell mal Giant Alien Chest rüber. Ransetzen. Und ich habe schon ziemlich viele Pets in der Maschine. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch reinpacken kann. Weil ich habe die jetzt immer so für 5 Tage, beziehungsweise für 6 Tage reingepackt. Preston zeigt zwar immer 5 Tage an, aber in der Praxis sind 6 Tage, die man warten muss. Was ich ein bisschen Verbrauchertäuschung finde. Also, da müsste der Verbraucherschutz mal einschreiten. So, ein Tag reicht. Weil, sagen wir 12 Stunden. Einfach nur, weil ich... Oh, das kostet ja auch. Das kostet, wenn ich mehr mache, ne? 12.000, 15.000, dann mache ich einen Tag. Your career is full. Okay, sie ist full. Aber doch, in einer Stunde sind ein paar der Pets fertig. Sehr, sehr, sehr gut. Wenn die dann fertig sind, dann kann ich neue Pets reinpacken. Alles klar. Dann kriege ich das noch hin. Schade. Na gut, dann muss ich die Pets wohl wann anders in die Dark Matter Maschine packen. Jetzt kann ich erstmal nur farben. Ihr könnt bitte noch auf meinen Discord-Server kommen. Wie gesagt, das ist in der Beschreibung verlinkt. Kommt gerne rauf. Ihr könnt auf dem Discord-Server auch mit mir sprechen. Ich bin häufig mal in den Voice-Channels. Wenn ich gerade nicht im Voice-Channel bin, ist es auch nicht so schlimm. Aber es gibt... Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht mal für eine Stunde unten in einem öffentlichen Channel drin bin. Es bringt euch aber nichts, mir direkt Nachrichten auf Discord zu schreiben, weil die sehe ich nicht. Die Nachrichten kommen zwar an, aber ich habe ein Script drin, das automatisch alle Leute blockiert, die nicht gewitelistet sind. Also, na nicht blockiert, sondern stumm schaltet. Also, ich sehe eure Nachrichten nicht, wenn ihr sie mir schreibt. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann schreibt mir direkt auf den Discord-Server, aber schreibt mir nicht hi oder sowas, dass es sinnlos ist. Es macht keinen Sinn. Naja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und... Ciao!